Das Zitat war ja vom Mesh, ganz schön heiß hier. Na, ich werde mal gucken, wie heiß es da oben ist. Sonntagvormittag hier ist ja sehr ruhig, ja schon nicht ruhig, wenn hier nicht gearbeitet wird sonntags. Aber Sie sehen, wie der Rasen gelitten hat, das andere haben wir alles gegossen. Und da kann man sich natürlich hinsetzen in pralle Sonne. Andererseits ist mir gesagt worden, hier wäre ein paar Erdbeeren, guck. Das wäre mir vielleicht nicht schlecht. Und guck, noch ich gestern gegessen, die sind hier. Hier sei es jetzt mal nicht so heiß. Hier ist auch Wasser für die Vögel und so. Da werde ich mich jetzt mal niederlassen. Die Wäscheklammern weg. Und dann mal gucken, was hier zu... Ei ist jetzt nicht so heiß, ne? Das ist jetzt noch im Schatten. Und hier ist aber heiß, hier, guck, da vorne. Eine Minute ist rum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagvormittag. Hier ist ja diese schöne Palmmilie. Der sieht auch so gut aus. Hinten dran liegt die Blutbuche. Der alte Kirschbaum. Hier ist also links der Sandkasten. Und in diesem Sinn. Schönen Tag noch. Bis morgen. Böbling.